erste hälfte von lenz von georg büchner dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von rolf kaiser buchum deutschland im märz 2009 lenz von georg büchner erste hälfte den zwanzigsten jänner ging lenz durchs gebirg die gipfel und hohen bergflächen im schnee die täler hinunter graues gestein grüne flächen felsen und tannen es war nasskalt das wasser rieselte die felsen hinunter und sprang über den weg die äste der tannen hingen schwer herab in die feuchte luft am himmel zogen graue wolken aber alles so dicht und dann dampfte der nebel herauf und strich schwer und feucht durch das gesträuch so träg so plump er ging gleichgiltig weiter es lag ihm nichts am weg bald auf bald abwärts müdigkeit spürte er keine nur war es ihm manchmal unangenehm daß er nicht auf dem kopf gehen konnte anfangs drängte es ihm in der brust wenn das gestein so weg sprang der graue wald sich unter ihm schüttelte und der nebel die formen bald verschlang bald die gewaltigen glieder halb enthüllte es drängte in ihm er suchte nach etwas wie nach verlornen träumen aber er fand nichts es war ihm alles so klein so nahe so nass er hätte die erde hinter den ofen setzen mögen er begriff nicht daß er so viel zeit brauchte um einen abhang hinunter zu klimmen einen fernen punkt zu erreichen er meinte er müsse alles mit ein paar schritten ausmessen können nur manchmal wenn der sturm das gewölk in die täler warf und es den wald herauf dampfte und die stimmen an den felsen wach wurden bald wie fern verhallende donner und dann gewaltig heranbrausten in tönen als wollten sie in ihrem wilden jubel die erde besingen und die wolken wie wilde wiehernde rosse heransprengten und der sonnenschein dazwischen durch ging und kam und sein blitzendes schwert an den schneeflächen zog so daß ein helles blendendes licht über die gipfel in die täler schnitt oder wenn der sturm das gewölk abwärts trieb und einen lichtblauen see hineinriß und dann der wind verhallte und tief unten aus den schluchten aus den wipfeln der tannen wie ein wiegenlied und glockengeläute heraufsummte und am tiefen blau ein leises rot hinaufklomm und kleine wölkchen auf silbernen flügeln durchzogen und alle berggipfel scharf und fest weit über das land hin glänzten und blitzten riß es ihm in der brust er stand keuchend den leib vorwärts gebogen augen und mund weit offen er meinte er müsse den sturm in sich ziehen alles in sich fassen er dehnte sich aus und lag über der erde er wühlte sich in das all hinein es war eine lust die ihm wehe tat oder er stand still und legte das haupt ins moos und schloss die augen halb und dann zog es weit von ihm die erde wich unter ihm sie wurde klein wie ein wandelnder stern und tauchte sich in einen brausenden strom der seine klare flut unter ihm zog aber es waren nur augenblicke und dann erhob er sich nüchtern fest ruhig als wäre ein schattenspiel vor ihm vorübergezogen er wusste von nichts mehr gegen abend kam er auf die höhe des gebirgs auf das schneefeld von wo man wieder hinab stieg in die ebene nach westen er setzte sich oben nieder es war gegen abend ruhiger geworden das gewölk lag fest und unbeweglich am himmel so weit der blick reichte nichts als gipfel von denen sich breite flächen hinabzogen und alles so still grau dämmernd es wurde ihm entsetzlich einsam er war allein ganz allein er wollte mit sich sprechen aber er konnte nicht er wagte kaum zu atmen das biegen seines fußes tönte wie donner unter ihm er musste sich niedersetzen es fasste ihn eine namenlose angst in diesem nichts er war im leeren er riss sich auf und flog den abhang hinunter himmel und erde verschmolzen in eins es war als ginge ihm was nach und als müsse ihn was entsetzliches erreichen etwas das menschen nicht ertragen können als jage der wahnsinn auf rossen hinter ihm endlich hörte er stimmen er sah lichter es wurde ihm leichter man sagte ihm er hätte noch eine halbe stunde nach waldbach er ging durch das dorf die lichter schienen durch die fenster er sah hinein im vorbeigehen kinder am tische alte weiber mädchen alles ruhige stille gesichter es war ihm als müsse das licht von ihnen ausstrahlen es ward ihm leicht er war bald in waldbach im pfarrhause man sah am tische er hinein die blonden locken hingen ihm um das bleiche gesicht es zuckte ihm in den augen und um den mund seine kleider waren zerritten o berlin hieß ihn willkommen er hielt ihn für einen handwerker seien sie mir willkommen obschon sie mir unbekannt ich bin ein freund von kaufmann und bringe ihnen grüße von ihm der name wenn's beliebt lenz ha 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 ist er nicht gedruckt habe ich nicht einige dramen gelesen die einem herrn dieses namens zugeschrieben werden ja aber belieben sie mich nicht danach zu beurteilen man sprach weiter er suchte nach worten und erzählte rasch aber auf der folter nach und nach wurde er ruhig das heimliche zimmer und die stillen gesichter die aus dem schatten hervortraten das helle kindergesicht auf dem alles licht zu ruhen schien und das neugierig vertraulich aufschaute bis zur mutter die hinten im schatten engelgleich stille saß er fing an zu erzählen von seiner heimat er zeichnete allerhand trachten man drängte sich teilnehmend um ihn er war gleich zu haus sein blasses kindergesicht das jetzt lächelte sein lebendiges erzählen er wurde ruhig es war ihm als träten alte gestalten vergessene gesichter wieder aus dem dunkeln alte lieder wachten auf er war weg weit weg endlich war es zeit zum gehen man führte ihn über die straße das pfarrhaus war zu eng man gab ihm ein zimmer im schulhause er ging hinauf es war kalt oben eine weite stube leer ein hohes bett im hintergrund er stellte das licht auf den tisch und ging auf und ab er besann sich wieder auf den tag wie er hergekommen wo er war das zimmer im pfarrhause mit seinen lichtern und lieben gesichtern es war ihm wie ein schatten ein traum und es wurde ihm leer wieder wie auf dem berg aber er konnte es mit nichts mehr ausfüllen das licht war erloschen die finsternis verschlang alles eine unnennbare angst erfasste ihn er sprang auf er lief durchs zimmer die treppe hinunter vors haus aber umsonst alles finster nichts er war sich selbst ein traum einzelne gedanken huschten auf er hielt sie fest es war ihm als müsse er immer vater unser sagen er konnte sich nicht mehr finden ein dunkler instinkt trieb ihn sich zu retten er stieß an die steine er riss sich mit den nägeln der schmerz fing an ihm das bewusstsein wiederzugeben er stürzte sich in den brunnenstein aber das wasser war nicht tief er patschte darin es kamen leute man hatte es gehört man rief ihm zu oberlin kam gelaufen lenz war wieder zu sich gekommen das ganze bewußtsein seiner lage stand vor ihm es war ihm wieder leicht jetzt schamte er sich und war betrübt daß er den guten leuten angst gemacht er sagte ihnen daß er gewohnt sei kalt zu baden und ging wieder hinauf die erschöpfung ließ ihn endlich ruhen den andern tag ging es gut mit oberlin zu pferde durch das tal breite bergflächen die aus großer höhe sich in ein schmales gewundenes tal zusammenzogen das in mannigfachen richtungen sich hoch an den bergen hinauf zog große felsenmassen die sich nach unten ausbreiteten wenig wald aber alles im grauen ernsten anflug eine aussicht nach westen in das land hinein und auf die bergkette die sich grad hinunter nach süden und norden zog und deren gipfel gewaltig ernsthaft oder schweigend still wie ein dämmernder traum standen gewaltige lichtmassen die manchmal aus den tälern wie ein goldner strom schwollen dann wieder gewölk das an dem höchsten gipfel lag und dann langsam den wald herab in das tal klomm oder in den sonnenblitzen sich wie ein fliegendes silbernes gespenst herabsenkte und hob kein lärm keine bewegung kein vogel nichts als das bald nahe bald ferne wehn des windes auch erschienen punkte gerippe von hütten bretter mit stroh gedeckt von schwarzer ernster farbe die leute schweigend und ernst als wagten sie die ruhe ihres tales nicht zu stören grüßten ruhig wie sie vorbei ritten in den hütten war es lebendig man drängte sich um oberlin er wies zurecht gab rat tröstete überall zutrauensvolle blicke gebet die leute erzählten träume ahnungen dann rasch ins praktische leben wege angelegt kanäle gegraben die schule besucht oberlin war unermüdlich lenz fortwährend sein begleiter bald in gespräch bald tätig am geschäft bald in die natur versunken es wirkte alles wohltätig und beruhigend auf ihn er musste oberlin oft in die augen sehen und die mächtige ruhe die uns über der ruhenden natur im tiefen wald in mondhellen schmelzenden sommernächten überfällt schien ihm noch näher in diesem ruhigen auge diesem ehrwürdigen ernsten gesicht er war schüchtern aber er machte bemerkungen er sprach oberlin war sein gespräch sehr angenehm und das anmutige kindergesicht lenzens machte ihm große freude aber nur solange das licht im tale lag war es ihm erträglich gegen abend befiel ihn eine sonderbare angst er hätte der sonne nachlaufen mögen wie die gegenstände nach und nach schattiger wurden kam ihm alles so traumartig so zuwider vor es kam ihm die angst an wie kindern die im dunkeln schlafen es war ihm als sei er blind jetzt wuchs sie der alb des wahnsinns setzte sich zu seinen füßen der rettungslose gedanke als sei alles nur ein traum öffnete sich vor ihm er klammerte sich an alle gegenstände gestalten zogen rasch an ihm vorbei er drängte sich an sie es waren schatten das leben wich aus ihm und seine glieder waren ganz starr er sprach er sang er rezitierte stellen aus shakespeare er griff nach allem was sein blut sonst hatte rascher fließen machen er versuchte alles aber kalt kalt er musste dann hinaus ins freie das wenige durch die nacht zerstreute licht wenn seine augen an die dunkelheit gewöhnt waren machte ihm besser er stürzte sich in den brunnen die grelle wirkung des wassers machte ihm besser auch hatte er eine geheime hoffnung auf eine krankheit er verrichtete sein baden jetzt mit weniger geräusch doch je mehr er sich in das leben hinein lebte ward er ruhiger er unterstützte oberlin zeichnete las die bibel alte vergangene hoffnungen gingen in ihm auf das neue testament trat ihm hier so entgegen wie oberlin ihm erzählte wie ihn eine unsichtbare hand auf der brücke gehalten hätte wie auf der höhe ein glanz seine augen geblendet hätte wie er eine stimme gehört hätte wie es in der nacht mit ihm gesprochen und wie gott so ganz bei ihm eingekehrt daß er kindlich seine lose aus der tasche holte um zu wissen was er tun sollte dieser glaube dieser ewige himmel im leben dieses sein in gott jetzt erst ging ihm die heilige schrift auf wie den leuten die natur so nah trat alles in himmlischen mysterien aber nicht gewaltsam majestätisch sondern noch vertraut eines morgens ging er hinaus die nacht war schneegefallen im tal lag heller sonnenschein aber weiterhin die landschaft halb im nebel er kam bald vom weg ab und eine sanfte höhe hinauf keine spur von fußtritten mehr neben einem tannenwald hin die sonne schnitt kristalle der schnee war leicht und flockig hie und da spur von wild leicht auf dem schnee die sich ins gebirg hinzog keine regung in der luft als ein leises wehen als das rauschen eines vogels der die flocken leicht vom schwanze stäubte alles so still und die bäume weithin mit schwankenden weißen federn in der tiefblauen luft es wurde ihm heimlich nach und nach die einförmigen gewaltigen flächen und linien vor denen es ihm manchmal war als ob sie ihn mit gewaltigen tönen anredeten waren verhüllt ein heimliches weihnachtsgefühl beschlich ihn er meinte manchmal seine mutter müsse hinter einem baume hervortreten groß und ihm sagen sie hatte ihm dies alles beschert wie er hinunter ging sah er dass um seinen schatten sich ein regenbogen von strahlen legte es wurde ihm als hätte ihn was an der stirn berührt das wesen sprach ihn an er kam hinunter oberlin war im zimmer lenz kam heiter auf ihn zu und sagte ihm er möge wohl einmal predigen sie sind theologe ja gut nächsten sonntag lenz ging vergnügt auf sein zimmer er dachte auf einen text zum predigen und verfiel in sinnen und seine nächte wurden ruhig der sonntag morgen kam es war tauwetter eingefallen vorüberstreifende wolken blau dazwischen die kirche lag neben am berg hinauf auf einem vorsprung der kirchhof drumherum lenz stand oben wie die glocke läutete und die kirchengänger die weiber und mädchen in ihrer ernsten schwarzen tracht das weiße gefaltete schnupftuch auf dem gesangbuch und den rosmarin zweig von den verschiedenen seiten die schmalen pfade zwischen den felsen herauf und herab kamen ein sonnenblick lag manchmal über dem tal die laue luft regte sich langsam die landschaft schwamm im duft fernes geläute es war als löste sich alles in eine harmonische welle auf auf dem kleinen kirchhof war der schnee weg dunkles moos unter den schwarzen kreuzen ein verspäteter rosenstrauch lehnte an der kirchhofmauer verspätete blumen dazu unter dem moos hervor manchmal sonne dann wieder dunkel die kirche fing an die menschenstimmen begegneten sich im reinen hellen klang ein eindruck als schaue man in reines durchsichtiges bergwasser der gesang verhallte lenz sprach er war schüchtern unter den tönen hatte sein starkrampf sich ganz gelegt sein ganzer schmerz wachte jetzt auf und legte sich in sein herz ein süßes gefühl unendlichen wohls beschlich ihn er sprach einfach mit den leuten sie litten alle mit ihm und es war ihm ein trost wenn er über einige müd geweinte augen schlaf und gequälten herzen ruhe bringen wenn er über dieses von materiellen bedurfnissen gequälte sein diese dumpfen leiden gen himmel leiten konnte er war fester geworden wie er schloss da fingen die stimmen wieder an lass in mir die heilgen schmerzen tiefe bronnen ganz aufbrechen leiden sei all mein gewinst leiden sei mein gottesdienst das drängen in ihm die musik der schmerz erschütterte ihn das all war für ihn in wunden er fühlte tiefen unnennbaren schmerz davon jetzt ein anderes sein göttliche zuckende lippen bückten sich über ihm nieder und sogen sich an seine lippen er ging auf sein einsames zimmer er war allein allein da rauschte die quelle ströme brachen aus seinen augen er krümmte sich in sich es zuckten seine glieder es war ihm als müsse er sich auflösen er konnte kein ende finden der wollust endlich dämmerte es in ihm er empfand ein leises tiefes mitleid mit sich selbst er weinte über sich sein haupt sank auf die brust er schlief ein der vollmond stand am himmel die locken fielen ihm über die schläfe und das gesicht die tränen hingen ihm an den wimpern und trockneten auf den wangen so lag er nun da allein und alles war ruhig und still und kalt und der mond schien die ganze nacht und stand über den bergen am folgenden morgen kam er herunter er erzählte oberlin ganz ruhig wie ihm die nacht seine mutter erschienen sei sie sei in einem weißen kleid aus der dunklen kirchhofmauer hervorgetreten und habe eine weiße und eine rote rose an der brust stecken gehabt sie sei dann in eine ecke gesunken und die rosen seien langsam über sie gewachsen sie sei gewiß tot er sei ganz ruhig darüber oberlin versetzte ihm nun wie er bei dem tod seines vaters allein auf dem felde gewesen sei und er dann eine stimme gehört habe so daß er wußte daß sein vater tot sei und wie er heimkommen sei es so gewesen das führte sie weiter oberlin sprach noch von den leuten im gebirge von mädchen die das wasser und metall unter der erde fühlten von männern die auf manchen berghöhen angefasst würden und mit einem geiste rängen er sagte ihm auch wie er einmal im gebirg durch das schauen in ein leeres tiefes bergwasser in eine art von somnambulismus versetzt worden sei lenz sagte daß der geist des wassers über ihn gekommen sei daß er dann etwas von seinem eigentümlichen sein empfunden hätte er fuhr weiter fort die einfachste reinste natur hinge am nächsten mit der elementarischen zusammen je feiner der mensch geistig fühlt und lebt um so abgestumpfter würde dieser elementarische sinn er halte ihn nicht für einen hohen zustand er sei nicht selbständig genug aber er meine es müsse ein unendliches wonnegefühl sein so von dem eigentümlichen leben jeder form berührt zu werden für gesteine metalle wasser und pflanzen eine seele zu haben so traumartig jedes wesen in der natur in sich aufzunehmen wie die blumen mit dem zu und abnehmen des mondes die luft er sprach sich selbst weiter aus wie in allem eine unaussprechliche harmonie ein ton eine seligkeit sei die in den höheren formen mit mehr organen aus sich herausgriffe tönte auffaßte und dafür aber auch um so tiefer affiziert würde wie in den niedrigen formen alles zurückgedrängter beschränkter dafür aber auch die ruhe in sich größer sei er verfolgte das noch weiter oberlin brach es ab es führte ihn zu weit von seiner einfachen art ab ein andermal zeigte ihm oberlin farbentäfelchen er setzte ihm auseinander in welcher beziehung jede farbe mit dem menschen stände er brachte zwölf apostel heraus deren jeder durch eine farbe repräsentiert würde lenz faßte das auf er spann die sache weiter kam in ängstliche träume und fing an wie stilling die apokalypse zu lesen und las viel in der bibel um diese zeit kam kaufmann mit seiner braut ins steintal lenzen war anfangs das zusammentreffen unangenehm er hatte sich so ein plätzchen zurecht gemacht das bisschen ruhe war ihm so kostbar und jetzt kam ihm jemand entgegen der ihn an so vieles erinnerte mit dem er sprechen reden musste der seine verhältnisse kannte oberlin wußte von allem nichts er hatte ihn aufgenommen gepflegt er sah es als eine schickung gottes der den unglücklichen ihm zugesandt hätte er liebte ihn herzlich auch war es allen notwendig daß er da war er gehörte zu ihnen als wäre er schon längst da und niemand frug woher er gekommen und wohin er gehen werde über tisch war lenz wieder in guter stimmung man sprach von literatur er war auf seinem gebiete die idealistische periode fing damals an kaufmann war ein anhänger davon lenz widersprach heftig er sagte die dichter von denen man sage sie geben die wirklichkeit hätten auch keine ahnung davon doch seien sie immer noch erträglicher als die welche die wirklichkeit verklären wollten er sagte der liebe gott hat die welt wohl gemacht wie sie sein soll und wir können wohl nicht was besseres klecksen unser einziges bestreben soll sein ihm ein wenig nachzuschaffen ich verlange in allem leben möglichkeit des daseins und dann ist's gut wir haben dann nicht zu fragen ob es schön ob es hässlich ist das gefühl dass was geschaffen sei leben habe stehe über diesen beiden und sei das einzige kriterium in kunstsachen übrigens begegne es uns nur selten in shakespeare finden wir es und in den volksliedern tönt es einem ganz in goethe manchmal entgegen alles übrige kann man ins feuer werfen die leute können auch keinen hundsstall zeichnen da wollte man idealistische gestalten aber alles was ich davon gesehen sind holzpuppen dieser idealismus ist die schmählichste verachtung der menschlichen natur man versuche es einmal und senke sich in das leben des geringsten und gebe es wieder in den zuckungen den andeutungen dem ganzen feinen kaum bemerkten minenspiel er hätte dergleichen versucht im hofmeister und den soldaten es sind die prosaischsten menschen unter der sonne aber die gefühlsader ist in fast allen menschen gleich nur ist die hülle mehr oder weniger dicht durch die sie brechen muß man muß nur aug und ohren dafür haben wie ich gestern neben am tal hinaufging sah ich auf einem steine zwei mädchen sitzen die eine band ihr haar auf und die andre half ihr und das goldene haar hing herab und ein ernstes bleiches gesicht und doch so jung und die schwarze tracht und die andre so sorgsam bemüht die schönsten innigsten bilder der altdeutschen schule geben kaum eine ahnung davon man möchte manchmal ein medusenhaupt sein um so eine gruppe in stein verwandeln zu können und den leuten zurufen sie standen auf die schöne gruppe war zerstört aber wie sie so hinabstiegen zwischen den felsen war es wieder ein anderes bild die schönsten bilder die schwellendsten töne gruppieren lösen sich auf nur eins bleibt eine unendliche schönheit die aus einer form in die andre tritt ewig aufgeblättert verändert man kann sie aber freilich nicht immer festhalten und in museen stellen und auf noten ziehen und dann alt und jung herbeirufen und die buben und alten darüber radotieren und sich entzücken lassen man muss die menschheit lieben um in das eigentümliche wesen jedes einzudringen es darf einem keiner zu gering keiner zu hässlich sein erst dann kann man sie verstehen das unbedeutendste gesicht macht einen tieferen eindruck als die bloße empfindung des schönen und man kann die gestalten aus sich heraustreten lassen ohne etwas vom äußern hinein zu kopieren wo einem kein leben keine muskeln kein puls entgegen schwillt und pocht kaufmann warf ihm vor dass er in der wirklichkeit doch keine typen für einen apoll vom belvedere oder eine raffaelische madonna finden würde was liegt daran versetzte er ich muss gestehen ich fühle mich dabei sehr tot wenn ich in mir arbeite kann ich auch wohl was dabei fühlen aber ich tue das beste daran der dichter und bildende ist mir der liebste der mir die natur am wirklichsten gibt so dass ich über seinem gebild fühle alles übrige stört mich die holländischen maler sind mir lieber als die italienischen sie sind auch die einzigen fasslichen ich kenne nur zwei bilder und zwar von niederländern die mir einen eindruck gemacht hätten wie das neue testament das eine ist ich weiß nicht von wem christus und die jünger von emmaus wenn man so liest wie die jünger hinausgingen es liegt gleich die ganze natur in den paar worten es ist ein trüber dämmernder abend ein einförmiger roter streifen am horizont halb finster auf der straße da kommt ein unbekannter zu ihnen sie sprechen er bricht das brot da erkennen sie ihn in einfach menschlicher art und die göttlich leidenden züge reden ihnen deutlich und sie erschrecken denn es ist finster geworden und es tritt sie etwas unbegreifliches an aber es ist kein gespenstisches grauen es ist wie wenn einem ein geliebter toter in der dämmerung in der alten art entgegenträte so ist das bild mit dem einförmigen bräunlichen ton darüber dem trüben stillen abend dann ein anderes eine frau sitzt in ihrer kammer das gebetbuch in der hand es ist sonntäglich aufgeputzt der sand gestreut so heimlich rein und warm die frau hat nicht zur kirche gekonnt und sie verrichtet die andacht zu haus das fenster ist offen sie sitzt darnach hingewandt und es ist als schwebten zu dem fenster über die weite ebene landschaft die glockentöne von dem dorfe herein und verhallet der sang der nahen gemeinde aus der kirche her und die frau liest den text nach in der art sprach er weiter man horchte auf es traf vieles er war rot geworden über dem reden und bald lächelnd bald ernst schüttelte er die blonden locken er hatte sich ganz vergessen nach dem essen nahm ihn kaufmann beiseite er hatte briefe von lenzens vater erhalten sein sohn sollte zurück ihn unterstützen kaufmann sagte ihm wie er sein leben hier verschleudere unnütz verliere er solle sich ein ziel stecken und dergleichen mehr lenz fuhr ihn an hier weg weg nach haus toll werden dort du weißt ich kann es nirgends aushalten als da herum in der gegend wenn ich nicht manchmal auf einen berg könnte und die gegend sehen könnte und dann wieder herunter ins haus durch den garten gehen und zum fenster hinein sehen ich würde toll toll laßt mich doch in ruhe nur ein bißchen ruhe jetzt wo es mir ein wenig wohl wird weg weg ich verstehe das nicht mit den zwei worten ist die welt verhunzt jeder hat was nötig wenn er ruhen kann was könnte er mehr haben immer steigen ringen und so in ewigkeit alles was der augenblick gibt wegwerfen und immer darben um einmal zu genießen dürsten während einem helle quellen über den weg springen es ist mir jetzt erträglich und da will ich bleiben warum 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 eben weil es mir wohl ist was will mein vater kann er mehr geben unmöglich lasst mich in ruhe er wurde heftig kaufmann ging lenz war verstimmt am folgenden tag wollte kaufmann weg er beredete oberlin mit ihm in die schweiz zu gehen der wunsch lavater den er längst durch briefe kannte auch persönlich kennenzulernen bestimmte ihn er sagte es zu man mußte einen tag länger wegen der zurüstungen warten lenz fiel das aufs herz er hatte um seiner unendlichen qual loszuwerden sich ängstlich an alles geklammert er fühlte in einzelnen augenblicken tief wie er sich alles nur zurechtmache er ging mit sich um wie mit einem kranken kinde manche gedanken mächtige gefühle wurde er nur mit der größten angst los da trieb es ihn wieder mit unendlicher gewalt darauf er zitterte das haar sträubte ihm fast bis er es in der ungeheuersten anspannung erschöpfte er rettete sich in eine gestalt die ihm immer vor augen schwebte und in oberlin seine worte sein gesicht taten ihm unendlich wohl so sah er mit angst seiner abreise entgegen ende von erste hälfte von lenz von georg büchner zweite hälfte von lenz von georg büchner diese librivox aufnahme ist in der public domain gelesen von rolf kaiser bochum deutschland im märz 2009 es war lenzen unheimlich jetzt allein im hause zu bleiben das wetter war milde geworden er beschloss oberlin zu begleiten ins gebirg auf der andern seite wo die täler sich in die ebene ausliefen trennten sie sich er ging allein zurück er durchstrich das gebirg in verschiedenen richtungen breite flächen zogen sich in die täler herab wenig wald nichts als gewaltige linien und weiter hinaus die weite rauchende ebene in der luft ein gewaltiges wehen nirgends eine spur von menschen als hie und da eine verlassene hütte wo die hirten den sommer zubrachten an den abhängen gelehnt er wurde still vielleicht fast träumend es verschmolz ihm alles in eine linie wie eine steigende und sinkende welle zwischen himmel und erde es war ihm als läge er an einem unendlichen meer das leise auf und ab wogte manchmal saß er dann ging er wieder aber langsam träumend er suchte keinen weg es war finsterer abend als er an eine bewohnte hütte kam im abhang nach dem steintal die türe war verschlossen er ging ans fenster durch das ein lichtschimmer fiel eine lampe erhellte fast nur einen punkt ihr licht fiel auf das bleiche gesicht eines mädchens das mit halb geöffneten augen leise die lippen bewegend dahinter ruhte weiter weg im dunkel saß ein altes weib das mit schnarrender stimme aus einem gesangbuch sang nach langem klopfen öffnete sie sie war halb taub sie trug lenz einiges essen auf und wies ihm eine schlafstelle an wobei sie beständig ihr lied fortsang das mädchen hatte sich nicht gerührt einige zeit darauf kam ein mann herein er war lang und hager spuren von grauen haaren mit unruhigem verwirrtem gesicht er trat zum mädchen sie zuckte auf und wurde unruhig er nahm ein getrocknetes kraut von der wand und legte ihr die blätter auf die hand so daß sie ruhiger wurde und verständliche worte in langsam ziehenden durchschneidenden tönen summte er erzählte wie er eine stimme im gebirge gehört und dann über den tälern ein wetterleuchten gesehen habe auch habe es ihn angefaßt und er habe damit gerungen wie jakob er warf sich nieder und betete leise mit inbrunst während die kranke in einem langsam ziehenden leise verhallenden ton sang dann gab er sich zur ruhe lenz schlummerte träumend ein und dann hörte er im schlaf wie die uhr pickte durch das leise singen des mädchens und die stimme der alten zugleich tönte das sausen des windes bald näher bald ferner und der bald helle bald verhüllte mond warf sein wechselndes licht traumartig in die stube einmal wurden die töne lauter das mädchen redete deutlich und bestimmt sie sagte wie auf der klippe gegenüber eine kirche stehe lenz sah auf und sie saß mit weit geöffneten augen aufrecht hinter dem tisch und der mond warf sein stilles licht auf ihre züge von denen ein unheimlicher glanz zu strahlen schien zugleich schnarrte die alte und über diesem wechseln und sinken des lichts den tönen und stimmen schlief endlich lenz tief ein er erwachte früh in der dämmernden stube schlief alles auch das mädchen war ruhig geworden sie lag zurückgelehnt die hände gefaltet unter der linken wange das geisterhafte aus ihren zügen war verschwunden sie hatte jetzt einen ausdruck unbeschreiblichen leidens er trat ans fenster und öffnete es die kalte morgenluft schlug ihm entgegen das haus lag am ende eines schmalen tiefen tales das sich nach osten öffnete rote strahlen schossen durch den grauen morgenhimmel in das dämmernde tal das im weißen rauch lag und funkelten am grauen gestein und trafen in die fenster der hütten der mann erwachte seine augen trafen auf ein erleuchtet bild an der wand sie richteten sich fest und starr darauf nun fing er an die lippen zu bewegen und betete leise dann laut und immer lauter in dem kamen leute zur hütte herein sie warfen sich schweigend nieder das mädchen lag in zuckungen die alte schnarrte ihr lied und plauderte mit den nachbarn die leute erzählten lenzen der mann sei vor langer zeit in die gegend gekommen man wisse nicht woher er stehe im ruf eines heiligen er sähe das wasser unter der erde und könne geister beschwören und man wallfahre zu ihm lenz erfuhr zugleich dass er weiter vom steintal abgekommen er ging weg mit einigen holzhauern die in die gegend gingen es tat ihm wohl gesellschaft zu finden es war ihm jetzt unheimlich mit dem gewaltigen menschen von dem es ihm manchmal war als rede er in entsetzlichen tönen auch fürchtete er sich vor sich selbst in der einsamkeit er kam heim doch hatte die verflossene nacht einen gewaltigen eindruck auf ihn gemacht die welt war ihm helle gewesen und er spürte an sich ein regen und wimmeln nach einem abgrund zu dem ihn eine unerbittliche gewalt hinriss er wühlte jetzt in sich er aß wenig halbe nächte im gebet und fieberhaften träumen ein gewaltsames drängen und dann erschöpft zurückgeschlagen er lag in den heißesten tränen und dann bekam er plötzlich eine stärke und er hob sich kalt und gleichgültig seine tränen waren ihm dann wie eis er musste lachen je höher er sich aufriss desto tiefer stürzte er hinunter alles strömte wieder zusammen ahnungen von seinem alten zustande durchzuckten ihn und warfen streiflichter in das wüste chaos seines geistes des tags saß er gewöhnlich unten im zimmer madame oberlin ging ab und zu er zeichnete malte las griff nach jeder zerstreuung alles hastig von einem zum anderen doch schloss er sich jetzt besonders an madame oberlin an wenn sie so da saß das schwarze gesangbuch vor sich neben eine pflanze im zimmer gezogen das jüngste kind zwischen den knien auch machte er sich viel mit dem kinde zu tun so saß er einmal da wurde ihm ängstlich er sprang auf ging auf und ab die tür halb offen da hörte er die magd singen erst unverständlich dann kamen die worte auf dieser welt hab ich kein freud ich hab mein schatz und der ist weit das fiel auf ihn er verging fast unter den tönen madame oberlin sah ihn an er fasste sich ein herz er konnte nicht mehr schweigen er musste davon sprechen beste madame oberlin können sie mir nicht sagen was das frauenzimmer macht dessen schicksal mir so zentnerschwer auf dem herzen liegt aber herr lenz ich weiß von nichts er schwieg dann wieder und ging hastig im zimmer auf und ab dann fing er wieder an sehen sie ich will gehen gott sie sind doch die einzigen menschen wo ichs aushalten könnte und doch doch ich muß weg zu ihr aber ich kann nicht ich darf nicht er war heftig bewegt und ging hinaus gegen abend kam lenz wieder es dämmerte in der stube er setzte sich neben madame oberlin sehen sie fing er wieder an wenn sie so durchs zimmer ging und so halb für sich allein sang und jeder tritt war eine musik es war so eine glückseligkeit in ihr und das strömte in mich über ich war immer ruhig wenn ich sie ansah oder sie so den kopf an mich lehnte ganz kind es war als wär ihr die welt zu weit sie zog sich so in sich zurück sie suchte das engste plätzchen im ganzen haus und da saß sie als wäre ihre ganze seligkeit nur in einem kleinen punkt und dann war mirs auch so wie ein kind hätte ich dann spielen können jetzt ist es mir so eng so eng sehen sie es ist mir manchmal als stieß ich mit den händen an den himmel o ich ersticke es ist mir dabei oft als fühlt ich physischen schmerz da in der linken seite im arm womit ich sie sonst fasste doch kann ich sie mir nicht mehr vorstellen das bild läuft mir fort und dies martert mich nur wenn es mir manchmal ganz hell wird so ist mir wieder recht wohl er sprach später noch oft mit madame oberlin davon aber meist in abgebrochenen sätzen sie wußte wenig zu antworten doch tat es ihm wohl unterdessen ging es fort mit seinen religiösen quälereien je leerer je kälter je sterbender er sich innerlich fühlte desto mehr drängte es ihn eine glut in sich zu wecken es kamen ihm erinnerungen an die zeiten wo alles in ihm sich drängte wo er unter all seinen empfindungen keuchte und jetzt so tot er verzweifelte an sich selbst dann warf er sich nieder er rang die hände er rührte alles in sich auf aber tot tot dann flehte er gott möge ein zeichen an ihm tun dann wühlte er in sich fastete lag träumend am boden am dritten hornung hörte er ein kind sei in foudet gestorben das friederike hieß er fasste es auf wie eine fixe idee er zog sich in sein zimmer und fastete einen tag am vierten trat er plötzlich ins zimmer zu madame oberlin er hatte sich das gesicht mit asche beschmiert und forderte einen alten sack sie erschrak man gab ihm was er verlangte er wickelte den sack um sich wie ein büßender und schlug den weg nach foudet ein die leute im tale waren ihn schon gewohnt man erzählte sich allerlei seltsames von ihm er kam ins haus wo das kind lag die leute gingen gleichgültig ihrem geschäfte nach man wies ihm eine kammer das kind lag im hemde auf stroh auf einem holztisch lenz schauderte wie er die kalten glieder berührte und die halb geöffneten gläsernen augen sah das kind kam ihm so verlassen vor und er sich so allein und einsam er warf sich über die leiche nieder der tod erschreckte ihn ein heftiger schmerz faßte ihn an diese züge dieses stille gesicht sollte verwesen er warf sich nieder er betete mit allem jammer der verzweiflung daß gott ein zeichen an ihm tue und das kind beleben möge dann sank er ganz in sich und wühlte all seinen willen auf einen punkt so saß er lange starr dann erhob er sich und faßte die hände des kindes und sprach laut und fest stehe auf und wandle aber die wände hallten ihm nüchtern den ton nach daß es zu spotten schien und die leiche blieb kalt da stürzte er halb wahnsinnig nieder dann jagte es ihn auf hinaus ins gebirg wolken zogen rasch über den mond bald alles im finstern bald zeigten sie die nebelhaft verschwindende landschaft im mondschein er rannte auf und ab in seiner brust war ein triumphgesang der hölle der wind klang wie ein titanenlied es war ihm als könnte er eine ungeheure faust hinauf in den himmel ballen und gott herbei reißen und zwischen seinen wolken schleifen als könnte er die welt mit den zähnen zermalmen und sie dem schöpfer ins gesicht speien er schwur er lästerte so kam er auf die höhe des gebirges und das ungewisse licht dehnte sich hinunter wo die weißen steinmassen lagen und der himmel war ein dummes blaues aug und der mond stand ganz lächerlich drin einfältig lenz mußte laut lachen und mit dem lachen griff der atheismus in ihn und faßte ihn ganz sicher und ruhig und fest er wußte nicht mehr was ihn vorhin so bewegt hatte es fror ihn er dachte er wolle jetzt zu bette gehen und er ging kalt und unerschütterlich durch das unheimliche dunkel es war ihm alles leer und hohl er musste laufen und ging zu bette am folgenden tag befiel ihn ein großes grauen vor seinem gestrigen zustand er stand nun am abgrund wo eine wahnsinnige lust ihn trieb immer wieder hinein zu schauen und sich diese qual zu wiederholen dann steigerte sich seine angst die sünde wieder den heiligen geist stand vor ihm einige tage darauf kam oberlin aus der schweiz zurück viel früher als man es erwartet hatte lenz war darüber betroffen doch wurde er heiter als oberlin ihm von seinen freunden im elsass erzählte oberlin ging dabei im zimmer hin und her und packte aus legte hin dabei erzählte er von pfeffel das leben eines landgeistlichen glücklich preisend dabei ermahnte er ihn sich in den wunsch seines vaters zu fügen seinem berufe gemäß zu leben heimzukehren er sagte ihm ehre vater und mutter und dergleichen mehr über dem gespräch geriet lenz in heftige unruhe er stieß tiefe seufzer aus tränen drangen ihm aus den augen er sprach abgebrochen ja ich halt es aber nicht aus wollen sie mich verstoßen nur in ihnen ist der weg zu gott doch mit mir ist's aus ich bin abgefallen verdammt in ewigkeit ich bin der ewige jude oberlin sagte ihm dafür sei jesus gestorben er möge sich brünstig an ihn wenden und er würde teilhaben an seiner gnade lenz erhob das haupt rang die hände und sagte ach ach göttlicher trost dann frug er plötzlich freundlich was das frauenzimmer mache uberlin sagte er wisse von nichts er wolle ihm aber in allem helfen und raten er müsse ihm aber ort umstände und person angeben er antwortete nichts wie abgebrochene worte ach ist sie tot lebt sie noch der engel sie liebte mich ich liebte sie sie wars würdig o der engel verfluchte eifersucht ich habe sie aufgeopfert sie liebte noch einen andern ich liebte sie sie wars würdig o gute mutter auch die liebte mich ich bin euer mörder oberlin versetzte vielleicht lebten alle diese personen noch vielleicht vergnügt es möge sein wie es wolle so könne und werde gott wenn er sich zu ihm bekehrt haben würde diesen personen auf sein gebet und tränen so viel gutes erweisen daß der nutzen den sie als dann von ihm hätten den schaden den er ihnen zugefügt vielleicht überwiegen würde er wurde darauf nach und nach ruhiger und ging wieder an sein malen den nachmittag kam er wieder auf der linken schulter hatte er ein stück pelz und in der hand ein bündel gärten die man oberlin nebst einem briefe für lenz mitgegeben hatte er reichte oberlin die gärten mit dem begehren er solle ihn damit schlagen oberlin nahm die gärten aus seiner hand drückte ihm einige küsse auf den mund und sagte dies wären die streiche die er ihm zu geben hätte er möchte ruhig sein seine sache mit gott allein ausmachen alle möglichen schläge würden keine einzige seiner sünden tilgen dafür hätte jesus gesorgt zu dem möchte er sich wenden er ging beim nachtessen war er wie gewöhnlich etwas tiefsinnig doch sprach er von allerlei aber mit ängstlicher hast um mitternacht wurde oberlin durch ein geräusch geweckt lenz rannte durch den hof rief mit hohler harter stimme den namen friederike mit äußerster schnelle verwirrung und verzweiflung ausgesprochen er stürzte sich dann in den brunnentrog patschte darin wieder heraus und herauf in sein zimmer wieder herunter in den trog und so einige mal endlich wurde er still die mägde die in der kinderstube unter ihm schliefen sagten sie hätten oft in sonderheit aber in selbiger nacht ein brummen gehört das sie mit nichts als mit dem tone einer haber pfeife zu vergleichen wüßten vielleicht war es sein winseln mit hohler fürchterlicher verzweifelnder stimme am folgenden morgen kam lenz lange nicht endlich ging oberlin hinauf in sein zimmer er lag im bett ruhig und unbeweglich oberlin mußte lange fragen ehe er antwort bekam endlich sagte er ja herr pfarrer sehen sie die langweile die langweile o so langweilig ich weiß gar nicht mehr was ich sagen soll ich habe schon allerlei figuren an die wand gezeichnet oberlin sagte ihm er möge sich zu gott wenden da lachte er und sagte ja wenn ich so glücklich wäre wie sie einen so behaglichen zeitvertreib aufzufinden ja man könnte sich die zeit schon so ausfüllen alles aus müßig gang denn die meisten leute beten aus langeweile die anderen verlieben sich aus langeweile die dritten sind tugendhaft die vierten lasterhaft und ich gar nichts gar nichts ich mag mich nicht einmal umbringen es ist zu langweilig o gott in deines lichtes welle in deines glühenden mittags helle sind meine augen wundgewacht wird es denn niemals wieder nacht oberlin blickte ihn unwillig an und wollte gehen lenz huschte ihm nach und indem er ihn mit unheimlichen augen ansah sehen sie jetzt kommt mir doch was ein wenn ich nur unterscheiden könnte ob ich träume oder wache sehen sie das ist sehr wichtig wir wollen es untersuchen er huschte dann wieder ins bett den nachmittag wollte oberlin in der nähe einen besuch machen seine frau war schon fort er war im begriff wegzugehen als es an seine türe klopfte und lenz hereintrat mit vorwärts gebogenem leib niederwärts hängendem haupt das gesicht über und über und das kleid hie und da mit asche bestreut mit der rechten hand den linken arm haltend er bat oberlin ihm den arm zu ziehen er hätte ihn verrenkt er hätte sich zum fenster heruntergestürzt weil es aber niemand gesehen wolle er es auch niemand sagen oberlin erschrak heftig doch sagte er nichts er tat was lenz begehrte zugleich schrieb er an den schulmeister sebastian scheidegger von belfoss er möge herunterkommen und gab ihm instruktionen dann ritt er weg der mann kam lenz hatte ihn schon oft gesehen und hatte sich an ihn attachiert er tat als hätte er mit oberlin etwas reden wollen und wollte dann wieder weg lenz bat ihn zu bleiben und so blieben sie beisammen lenz schlug noch einen spaziergang nach foudä vor er besuchte das grab des kindes das er hatte erwecken wollen kniete zu verschiedenen malen nieder küßte die erde des grabes schien betend doch mit großer verwirrung riß etwas von der auf dem grab stehenden krone ab als ein andenken ging wieder zurück nach waldbach kehrte wieder um und sebastian mit bald ging er langsam und klagte über große schwäche in den gliedern dann ging er mit verzweifelnder schnelligkeit die landschaft beängstigte ihn sie war so eng dass er an alles zu stoßen fürchtete ein unbeschreibliches gefühl des missbehagens befiel ihn sein begleiter ward ihm endlich lästig auch mochte er seine absicht erraten und suchte mittel ihn zu entfernen sebastian schien ihm nachzugeben fand aber heimlich mittel seinen bruder von der gefahr zu benachrichtigen und nun hatte lenz zwei aufseher statt einen er zog sie wacker herum endlich ging er nach waldbach zurück und da sie nahe am dorfe waren kehrte er wie ein blitz wieder um und sprang wie ein hirsch gen foudä zurück die männer setzten ihm nach indem sie ihn in foudä suchten kamen zwei krämer und erzählten ihnen man hätte in einem hause einen fremden gebunden der sich für einen mörder ausgäbe der aber gewiß kein mörder sein könne sie liefen in dies haus und fanden es so ein junger mensch hatte ihn auf sein ungestümes dringen in der angst gebunden sie banden ihn los und brachten ihn glücklich nach waldbach wohin oberlin indessen mit seiner frau zurückgekommen war er sah verwirrt aus da er aber merkte daß er liebreich und freundlich empfangen wurde bekam er wieder mut sein gesicht veränderte sich vorteilhaft er dankte seinen beiden begleitern freundlich und zärtlich und der abend ging ruhig herum oberlin bat ihn inständig nicht mehr zu baden die nacht ruhig im bette zu bleiben und wenn er nicht schlafen könne sich mit gott zu unterhalten er versprachs und tat es so die folgende nacht die mägde hörten ihn fast die ganze nacht hindurch beten den folgenden morgen kam er mit vergnügter miene auf oberlins zimmer nachdem sie verschiedenes gesprochen hatten sagte er mit ausnehmender freundlichkeit liebster herr pfarrer das frauenzimmer wovon ich ihnen sagte ist gestorben ja gestorben der engel woher wissen sie das hieroglyphen 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 und dann zum himmel geschaut und wieder ja gestorben hieroglyphen es war dann nichts weiter aus ihm zu bringen er setzte sich und schrieb einige briefe gab sie sodann oberlin mit der bitte einige zeilen dazu zu setzen sein zustand war indessen immer trostloser geworden alles was er an ruhe aus der nähe oberlins und aus der stille des tals geschöpft hatte war weg die welt die er hatte nutzen wollen hatte einen ungeheueren riss er hatte keinen hass keine liebe keine hoffnung eine schreckliche lehre und doch eine folternde unruhe sie auszufüllen er hatte nichts was er tat tat er nicht mit bewußtsein und doch zwang ihn ein innerlicher instinkt wenn er allein war war es ihm so entsetzlich einsam daß er beständig laut mit sich redete rief und dann erschrak er wieder und es war ihm als hätte eine fremde stimme mit ihm gesprochen im gespräch stockte er oft eine unbeschreibliche angst befiel ihn er hatte das ende seines satzes verloren dann meinte er er müsse das zuletzt gesprochene wort behalten und immer sprechen nur mit großer anstrengung unterdrückte er diese gelüste es bekümmerte die guten leute tief wenn er manchmal in ruhigen augenblicken bei ihnen saß und unbefangen sprach und er dann stockte und eine unaussprechliche angst sich in seinen zügen malte er die personen die ihm zunächst saßen krampfhaft am arm fasste und erst nach und nach wieder zu sich kam war er allein oder las er war es noch ärger all seine geistige tätigkeit blieb manchmal in einem gedanken hängen dachte er an eine fremde person oder stellte er sie sich lebhaft vor so war es ihm als würde er sie selbst er verwirrte sich ganz und dabei hatte er einen unendlichen trieb mit allem um ihn im geiste willkürlich umzugehen die natur die menschen nur oberlin ausgenommen alles traumartig kalt er amüsierte sich die häuser auf die dächer zu stellen die menschen an und auszukleiden die wahnwitzigsten possen auszusinnen manchmal fühlte er einen unwiderstehlichen drang das ding das er gerade im sinne hatte auszuführen und dann schnitt er entsetzliche fratzen einst saß er neben oberlin die katze ihm gegenüber auf einem stuhl plötzlich wurden seine augen starr er hielt sie unverrückt auf das tier gerichtet dann glitt er langsam den stuhl herunter die katze ebenfalls sie war wie bezaubert von seinem blick sie geriet in ungeheure angst sie sträubte sich scheu lenz mit den nämlichen tönen mit fürchterlich entstelltem gesicht wie in verzweiflung stürzten beide aufeinander los da endlich erhob sich madame oberlin um sie zu trennen dann war er wieder tief beschämt die zufälle des nachts steigerten sich aufs schrecklichste nur mit der größten mühe schlief er ein während er zuvor noch die schreckliche lehre zu füllen versucht hatte dann geriet er zwischen schlaf und wachen in einen entsetzlichen zustand er stieß an etwas grauenhaftes entsetzliches der wahnsinn packte ihn er fuhr mit fürchterlichem schreien in schweiß gebadet auf und erst nach und nach fand er sich wieder er musste dann mit den einfachsten dingen anfangen um wieder zu sich zu kommen eigentlich nicht er selbst tat es sondern ein mächtiger erhaltungstrieb es war als sei er doppelt und der eine teil suche den anderen zu retten und riefe sich selbst zu er erzählte er sagte in der heftigsten angst gedichte her bis er wieder zu sich kam auch bei tage bekam er diese zufälle sie waren dann noch schrecklicher denn sonst hatte ihn die helle davor bewahrt es war ihm dann als existiere er allein als bestünde die welt nur in seiner einbildung als sei nichts als er er sei das ewig verdammte der satan allein mit seinen folternden vorstellungen er jagte mit rasender schnelligkeit sein leben durch und dann sagte er konsequent konsequent wenn jemand was sprach inkonsequent inkonsequent es war die kluft unrettbaren wahnsinns eines wahnsinns durch die ewigkeit der trieb der geistigen erhaltung jagte ihn auf er stürzte sich in oberlins arme er klammerte sich an ihn als wolle er sich in ihn drängen er war das einzige wesen das für ihn lebte und durch den ihm wieder das leben offenbart wurde allmählich brachten ihn oberlins worte dann zu sich er lag auf den knien vor oberlin seine hände in den händen oberlins sein mit kaltem schweiß bedecktes gesicht auf dessen schoß am ganzen leibe bebend und zitternd oberlin empfand unendliches mitleid die familie lag auf den knien und betete für den unglücklichen die mägde flohen und hielten ihn für einen besessenen und wenn er ruhiger wurde war es wie der jammer eines kindes er schluchzte er empfand ein tiefes tiefes mitleid mit sich selbst das waren auch seine seligsten augenblicke oberlin sprach ihm von gott lenz wand sich ruhig los und sah ihn mit einem ausdruck unendlichen leidens an und sagte endlich aber ich wär ich allmächtig sehen sie wenn ich so wäre ich könnte das leiden nicht ertragen ich würde retten retten ich will ja nichts als ruhe ruhe nur ein wenig ruhe um schlafen zu können uberlin sagte dies sei eine profanation lenz schüttelte trostlos mit dem kopfe die halben versuche zum entleiben die er indes fortwährend machte waren nicht ganz ernst es war weniger der wunsch des todes für ihn war ja keine ruhe und hoffnung im tode es war mehr in augenblicken der fürchterlichsten angst oder der dumpfen ans nicht sein grenzenden ruhe ein versuch sich zu sich selbst zu bringen durch physischen schmerz augenblicke worin sein geist sonst auf irgendeiner wahnwitzigen idee zu reiten schien waren noch die glücklichsten es war doch ein wenig ruhe und sein wirrer blick war nicht so entsetzlich als die nach rettung dürstende angst die ewige qual der unruhe oft schlug er sich den kopf an die wand oder verursachte sich sonst einen heftigen physischen schmerz den achten morgens blieb er im bette oberlin ging hinauf er lag fast nackt auf dem bette und war heftig bewegt oberlin wollte ihn zudecken er klagte aber sehr wie schwer alles sei so schwer er glaube gar nicht daß er gehen könne jetzt endlich empfinde er die ungeheure schwere der luft oberlin sprach ihm mut zu er blieb aber in seiner frühherrnlage und blieb den größten teil des tages so auch nahm er keine nahrung zu sich gegen abend wurde oberlin zu einem kranken nach belfoss gerufen es war gelindes wetter und mondschein auf dem rückweg begegnete ihm lenz er schien ganz vernünftig und sprach ruhig und freundlich mit oberlin der bat ihn nicht zu weit zu gehen er versprach's im weggehen wandte er sich plötzlich um und trat wieder ganz nahe zu oberlin und sagte rasch sehen sie herr pfarrer wenn ich das nur nicht mehr hören müsste mir wäre geholfen was denn mein lieber hören sie denn nichts hören sie denn nicht die entsetzliche stimme die um den ganzen horizont schreit und die man gewoenlich die stille heist seit ich in dem stillen tal bin hör ichs immer es läst mich nicht schlafen ja herr pfarrer wenn ich einmal wieder schlafen könnte er ging dann kopfschüttelnd weiter oberlin ging zurück nach waldbach und wollte ihm jemand nachschicken als er ihn die stiege herauf in sein zimmer gehen hörte einen augenblick darauf platzte etwas im hof mit so starkem schall dass es oberlin unmöglich von dem fall eines menschen her kommen zu können schien die kindsmarkt kam todblass und ganz zitternd er saß mit kalter resignation im wagen wie sie das tal hervor nach westen fuhren es war ihm einerlei wohin man ihn führte mehrmals wo der wagen bei dem schlechten wege in gefahr geriet blieb er ganz ruhig sitzen er war vollkommen gleichgültig in diesem zustand legte er den weg durchs gebirg zurück gegen abend waren sie im rheintale sie entfernten sich allmählich vom gebirg das nun wie eine tiefblaue kristallwelle sich in das abendrot hob und auf deren warmer flut die roten strahlen des abends spielten über die ebene hin am fuße des gebirgs lag ein schimmerndes bläuliches gespinst es wurde finster je mehr sie sich straßburg näherten hoher vollmond alle fernen gegenstände dunkel nur der berg neben bildete eine scharfe linie die erde war wie ein goldner pokal über den schäumend die goldwellen des mondes liefen lenz starrte ruhig hinaus keine ahnung kein drang nur wuchs eine dumpfe angst in ihm je mehr die gegenstände sich in der finsternis verloren sie mussten einkehren da machte er wieder mehrere versuche hand an sich zu legen war aber zu scharf bewacht am folgenden morgen bei trübem regnerischem wetter traf er in straßburg ein er schien ganz vernünftig sprach mit den leuten er tat alles wie es die andern taten es war aber eine entsetzliche leere in ihm er fühlte keine angst mehr kein verlangen sein dasein war ihm eine notwendige last so lebte er hin ende von lenz von georg büchner so 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 so